Nein, ne? Oh Junge, guck dir ich das mal an. Du guckst hier noch so. Alter, das ist ja geisteskrank. Jetzt warte mal. Ich hab hier angefangen zu bauen, ne? Und das wird gar nicht scheiße. Ich will das umändern. Game at Kratif. Jetzt pass mal auf, du gehst hier. Wo ist denn der Spawn? Alter, das Schwert ist geisteskrank, ne? Keine Ahnung, wie man das macht. Also, weiß ich nicht. Das ist so heftig. Das ist ja ein Portal. Übelkrank. Jaja. Wo ist denn der Spawn? Wo bin ich denn? Das ist ja eine ganze Stadt hier. Hä? Ich blick halt gar nicht mehr durch. Wie lange war ich weg? Warte mal, wenn das eine Brücke ist, wahrscheinlich. ist der Spawn doch irgendwo hier. Ich blick nicht mehr durch, ne? Ist zu viel gebaut. Ist das der Spawn? Wieso ist bei mir eigentlich Schnee? Ja, gute Frage. Wo ist denn der Spawn? Wo ist denn der Spawn, Flake? Ich blick nicht. Da hinten, ne? Das ist der Spawn. Weil der sieht so hässlich aus. Im Gegensatz zu allen anderen. Ah, da ist er. Warum ist hier Schnee? Okay. Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, wenn hier der Spawn ist, was, was ist das? Eine Eisenfarm, okay. Krass, weiß ich gar nicht, wie sowas funktioniert. Das würde wahrscheinlich automatisch hier, hier rein, dann. Ich will es aber jetzt auch nicht kaputt machen. Kann man da reingucken? Ja. Okay, cool. Was ist das denn jetzt? Unendliche Lama-Farm. Ah, okay. Cool. Die Brücke ist mega nice. Richtig schön. Gut, ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Ja, das Egeist ist krank ja auch, ne, hat auch immer, also die, die, Burg, würde ich fast schon sagen. Was ist das? Warum schneit es hier? Ich bin so verwirrt. Warum miaut es hier? Da ist ein Hund. Was hat hier miau gemacht? Alter, ich bin so verwirrt gerade. Äh, ja, richtig gut, richtig gut. Achso. Was ist da? Das ist eine Burg. Burg. Das ist eine Burg hier. Okay. Wo ich die ganze Zeit die Störung vergesse. Wunderbar. Heftig, mächtig. Ach, du schaust. Okay. Ich wollte nichts kaputt machen, ne? Das ist wahrscheinlich einfach so eine Höhle hier, oder? Ja, oder auch nicht? Ach, du Scheiße. Junge. Gut, heftig, mächtig. Was ist das? Was ist das? Das ist einfach ein Portal, okay. Oh, mach doch mal Tag jetzt. Wie macht man das? Achso, ich hab das Wetter geändert, ich bin schon dumm. Äh, okay, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Okay, hier ist was. Hier ist was, hier ist was. Gucken wir mal rein. Nach oben. Achso, aufzugmäßig. Nach unten? Nach unten? Das würde ich sehen. Nach unten? Ich trau mich gar nicht. wie nach unten. Achso, von oben nach unten dann. Achso. Warum kommt er da? Ey, das ist ja voll gut irgendwie. Warum geht das so schnell? Äh, Junge, was ist das denn? Für ein Waldgebäude. Oh ja, krass, das siehst du mal, ich hab gar keine Ahnung eigentlich. Ja, das sieht aus wie eine Farm. Ja, so Reitstall, die geht jetzt auch, gesagt, so bei One Hoof. Hm. Okay, hier waren wir schon. Ich bin so verwirrt. das ist Lukas Haus. Da hat sich ja gar nichts verändert. Kein Spaß. Äh, ja gut, dass er alles sortiert hat, das ist mir schon klar. Doch, hier ist auch ein bisschen was. Hier miaut's ganz schön. Das macht mir Angst. Junge, erst mal in Lava gefahren. Was ist hier? Hä? Was ist da oben? Hä? Ach so. Ach so. Ach so. Häftig. Oh Gott, da baut jemand neben mir. Hä? Da ist ein ganzes Dorf neben mir. Hallo. Junge, Schlösser wurden neben meinem Dings gebaut. Hä? Passt aber gut. Dann ändere ich, ich wollte eigentlich den Stein wieder ändern. Ah, dann ändere ich das doch nicht. Weil ich gecheatet hab. Ja, dann fühle ich mich gar nicht schlecht, dass ich eben mit dem Stein gecheatet hab. Dann lasse ich das so, dann passt das ja. Ja, das passt dann gut rein, oder? Hä? Aber wie, wie kann er denn so schnell? Ah, das ist, das hat er schon im Creative Mod gemacht, oder? Mode. Ja gut, alles andere wäre sehr komisch. Wunderbar. Super. Ja, aber trotzdem, also, hä? Für jeden Tag, was hätte ich hinbekommen? Vielleicht das hier. Der hat das dreimal gemacht. Oder fünfmal, oder zehnmal, oder so. Ja, das ist ja gruselig. Ist das, achso, ne, da waren wir schon. Was gibt's noch? So, was, was, hab ich verpasst? Das hier? Ne, da war ich auch schon, oder? Schade. Was ist das für ein U-Boot? Das ist ja cool, unter Wasser zu bauen. Ja, wie das wohl aussieht. Das will ich sehen. Wie komme ich denn da rein? Boah, das ist nice. Voll schade, man sieht gar nicht so richtig, dass das Wasser, also zumindest bei mir, sieht man das nicht, dass das Wasser darüber ist. Sieht komisch aus. Also bei mir jetzt, Keine Ahnung, wie das bei anderen Schädeln und so aussieht. Aber richtig cool, unter Wasser. Ah, da ist die Brücke, die hier nicht. Oh, der Grill ist ja krass. Wie kommt man auf sowas? Neftisch. Neftisch. Geile Farben. Ich dachte, ich habe es kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ich habe die Eier geklaut. Warte, vielleicht kommt ja ein Huhn raus. Wie wirft man das? Ja gut, ich lasse einfach so liegen. Und da ist das Ding. Das sind Bienen. Boah, ganz schön viele Bienen hier. Hä, ist das random oder hat das jemand gebaut? Das ist ja voll viel hier. Was guckst du so jetzt nicht? Spitzin mäßig, meine Freude. Ja. ist das ein Dorf? Ne, ist auch gebaut, oder? Gott, ich blick gar nicht im nächsten Dorf, oder? Ja, hört sich so an. Oh. Was, wenn man klingelt? Was ist? Oh nein, da passiert was. Die greifen an. Die wollen mich töten. Die wollen mich töten. Felt cool da bar. über die Sonne richtig schön ich finde es toll richtig doll hallo ich will hier rein danke was steht da Schippie, geil, geil ja, aber auch voll schnell gebaut ich bin immer noch stolz auf mein Haus Junge, es wird da gar nicht reinpassen oh nee ich werde das ganze Bild zerstören von hier sieht das cool aus ich sag dir ehrlich, ich baue einfach immer random ohne dass ich jemals irgendwas gebaut habe und das dann wird einfach eine neue Kunst und dann wirst du sehen bald wird das auch in real life werden die auch so gebaut, die Häuser bald ja, also das wird eine neue Art Architektur ein PC wäre aber auch geil so ein PC aus aber weißt du, dafür wäre ich dann wieder zu blöd einfach was heißt zu blöd, aber das soll Tomo mal machen Tomo, bau mal ein PC aus, bitte super cool Leute, cool ich werde da schon weiter bauen als ich werde das nicht erpreisen oder so geile Scheiße oh no macht der was kaputt nee, ne wenn ja, tut's mir leid es ist zelftig schmächtig wirklich toll wirklich toll ja, finde ich gut, Freunde finde ich gut mir ist scheiße warm mir ist zu warm ah, es ist wirklich krass aber es ist doch schön dass Leute in die Sucht getrieben wurden sind finde ich gut ich hatte jetzt auch jeden Tag Kopfschmerzen aber bis jetzt geht noch wahrscheinlich heute Abend wieder wild deswegen habe ich mich auch gewundert naja ich glaube, ich bin dann auch wieder offline jetzt ist mir wieder zu warm so es geht auch schnell mit der scheiß Computer ist doch alles doof nun also nachher muss ich ja ein ZP ich muss ich bin gezwungen ich glaube, ich brauche da auch mal wieder eine Pause es nervt mich gerade alles so ein bisschen wie man wahrscheinlich gar nicht merkt aber gut ja, bis später bis später, meine Freunde oh, ich will jemanden aus Minecraft raiden warte warte mal ich will jemanden raiden aus Minecraft warte mal warte mal warte mal kurz ganz kurz warte mal warte doch wer ist das? ich muss kurz reinhören gleich ein Server und ist der Betreiber von dem Server was für ein Zufall das sind wir beim Pack beim lieben Wolf Pack 161 wir raiden zu Captain passt auf euch auf wir sehen uns ach, jetzt geht die oder was ach bis dahin danke euch für den Support danke für die Zeit mein Gott ja, dann rede ich jetzt aber auch niemanden wunderbar bis später wieder ooh und czy dann sie と